Wie kann denn Sarah Wagenknecht jetzt für ihr Bündnis kandidieren oder muss sie wieder einscheren auf die Liste der Linken, wo sie ausgetreten ist? Die Liste der Linken ist aus meiner Sicht eine sehr gute Frage, eine Landesliste und auf der Landesliste Berlin stand sie nicht. Wenn sie ausgetreten ist, fliegt sie da von der Liste, es kann aber niemand anders nachrücken, dann bleibt der Listenplatz frei. Das ist bei der Nachwahl so. Also wenn ich jetzt mit dem Flugzeug verunglückt wäre, dann könnte die CDU niemand anders in Steck-Zillenlof aufstellen. Das ist bei einer Nachwahl, wenn die selben Kandidaten sind. Also steht Sarah Wagenknecht nicht auf der Liste der Linken? Nein, sie steht nicht auf dem Wahlzettel, weil sie nicht in Berlin auf der Liste war. Und die zehn Abtrünningen, die übergetreten sind zu BSW? Die dürften aus meiner Sicht auch nicht auf der Wahlliste stehen, weil wenn man verstorben ist oder eben aus der Partei ausgetreten ist, dann bleibt dieser Platz einfach frei.